Ja, willkommen zu Alan Wake, Teil 2. Ich bin Dani Vega von Spiegelwelt.ch und wie versprochen mache ich weiter mit Alan Wake mit meinem Playthrough. Mal schauen, was mich erwartet und steigen wir ein, ich würde sagen, und schauen mal, was passiert. Oh man, ist das mühsam. Gut, ich schau mal schnell, dass ich möglichst schnell bald diesen Herr Stucki-Stucki finde. Jetzt hatte ich schon mal gehört. Okay, Stucki-Stucki. Ist das jemand da? In Dame nécessaire aber keine신e Schmerzen. Ja, das macht zwei von uns. � H coses rausgefunden. Mit Tabulator kann man die Kameraperspektive verändern, das ist sehr gut, weil die rechte Seite nervt, die liegt. Ich kann dir die Stadt zeigen, wenn du möchtest. Ich gehe nach 6 Uhr aus. Danke, Rose. Wir werden sicher, dass du das in die Stadt behauptest. Ich glaube, meine Frau ist da noch in der Stadt. Ähm, das ist... okay. Ähm, okay. Ich sehe mich nicht. Mal schauen, was diese Typen zu sagen haben. Ich würde mich gerne sagen, Sonny. Ich könnte wirklich eine Tone jetzt benutzen. Coconut No. 6 in der Jukebox. Ich mache das mir selbst, aber beide meiner Legen haben nicht gesprungen. Keine Circulation. Ja, das ist so schlimm. Coconut. Ist doch was schönes, so eine klassische Jukebox mit LPs. Ah ja, funktioniert doch. Ah, da gibt's einen Temos-Kanal, sehr schön. Was ist mit dir da? Geh nicht in da, junger Mann. Du kannst dich in der Nacht schützen. Ich denke, ich kann es anordnen, Frau. Ich wollte nicht warten. Ich wollte Stucky finden, um die Schlüssel rauszuholen zu können. Der Wachstum hat mir einen Schmerz gegeben. Obereaker-Fans sind immer tot. Das kann ich mir vorstellen. Ähm... Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich da durchgehen muss. Aber ich glaube, rein schon von dem, dass mich jemand war, nicht hineinzugehen, ist ein Hinweis darauf, dass ich gehen muss. Ah ja, genau, der Herr Stucky war ja auf dem Klo, genau. Hallo? Hallo? Herr Stucky? Hallo? Knack-Knack! Karl konnte es nicht machen. Es ist leider nicht so, dass er krank wurde. Aber ich habe die Schlüssel für dich und die Instruktionen, wie man nach dem Lagen zu kommen. Okay. Ich wünsche dir einen guten Tag in meinem Kabin. Ich komme später, um zu schauen, wie du inrufen hast. Und um deine Frau zu treffen. Ich versuchte. Danke. Und wenn das Ganze nicht in einem dunklen Gang passieren würde, wäre das doch ganz okay. Ähm... Mal mal, die trägt einen Schwarz und einen Schleier, äh, und... Herr Stucky konnte es... schaffte es nicht. Ist er gestorben oder so? Okay. Okay. Das sollte wirklich fixiert werden. Auch das klingt besser als wenn du singst. Bist du okay? Hehehehe... 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 Okay. Gut. Was wir durften. Die Andersen sind eh... Lokale Musiker. Wir warten, um Dr. Hartmann zu kommen, sie zu holen. Sie wanderten aus seiner Klinik, in der Kaldron Lake Lodge. Ich seh schon, da gibt's sehr viele Nebenquests, die man erledigen kann. Oder zumindest wird das angesprochen. Mal schauen, ob das... Mal schauen, ob das zutrifft. Mission accomplished. The key and the directions. My hero. I got some flashlights, just in case. Also, ich find die Cuts sind ja ganz angenehm, aber irgendwie... Hey Wake! Mrs Wake! You're... Oh. You have keys! Äh... What? That diner was a real nut-hug. Hehehehe... Okay, jetzt wird's spannend. Das heisst, ich hab irgendwie die falschen Schlüssel und... ...die falsche... ...die falschen... ...Richtungsangaben bekommen. We're supposed to be on vacation, Alice. I'll figure it out, when we get back home. Okay. We can talk about this later. Mal schauen. Bad man here on PBF and... I didn't want to talk about it. I wanted to bury my head in sand. Here's another one of my favorites to go with it. Once upon a time, I was a successful writer. But that was a long time ago. I hadn't been able to write a word in two years. Not since my last book. Wieso erinnere mich das noch irgendwie an... ...an Shining... ...das Ganze? Nee, hoffentlich nicht immer an Stork. ...dễ. 92 007. Cross... ...divers isle. Uh, it's gorgeous, Alex. Burtlag Cabin Fogelbein Hütte Spannend Schauen wir mal rein Machen wir Licht für Alice Hier geht's, schauen wir mal rein Es ist schmerz da, wir brauchen Licht Kannst du herausfinden, wie du die Kraft hast, Honey? Ja sicher, schauen wir mal Okay, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche Hallo, ist jemand hier? Ja hoffentlich nicht, oder? Ähm... Das ist mal ein Gasherd Ich nehme an... Strom sollte irgendwie im Keller sein oder so Ähm... Komisch, oder draußen wahrscheinlich Er hat... Ah, doch, das geht's Ähm... Oh Ähm, okay Unangenehm Die Cabin sah wie eine Zeitkapsule von den 60ern Oder sogar früher Ich brauchte die Powerbundin in die Cabin Ja, es muss hier irgendwo draußen sein Das würde mich jetzt verrundern, wenn dem nicht so wäre Ah... Was ist denn das? Radio? Okay Ähm... Das ist die andere Gestelle, das bringt mir nix Ja... Habe ich schon gedacht Ah ja, schau an, schau an Wo ist da... Ist das die Türe? Äh... Türe... Ich seh's nicht Ja doch, das sollte... Ah, da ist sie Ein alter Generator hat mit dem Powerbundin in die Powerbundin Ich bin gespannt, ob das funktioniert Ah, jetzt, jetzt, jetzt Ähm... Wie jetzt? Ah... Ah, ja, ja, ich versteh schon Ach du Schreck Also ich seh schon... Ähm... Meine Frau wird wahrscheinlich... Ähm... So... Mitter in der Nacht Also irgendwann sonst, wenn es dunkel ist Ähm... Tümlich in Panik geraten Es war ein schönes Ort Ich sagte mir, dass ich hier sitzen könnte Ich schlafe hier Und vergiss mich über meine Arbeit Ich dachte, wir können hier glücklich sein Was war das? Äh... Äh... Wegen den, ähm... Cutscenes Wenn es... Was mich irritiert sind, dass die Beiden Protagonisten ihre... Ihre... Mildräume so weit aufreißen müssen Beim Sprechen Das sieht irgendwie... Komisch aus Aber... Ehrlich gesagt Ist das bisher eigentlich das einzige Was mich ein wenig irritiert vom Spiel Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen Würde ich sagen Ähm... Ja... Also ich... Ich werde unbedingt noch den Keller anschauen Aber ich glaube das geht nicht Es sei denn Ich konnte einfach... Ne... Geht nicht Aber ich bin mir sicher, dass ich diesen Keller Irgendwie in nächster Zeit mal besuchen muss Mal schauen Alice? Honey? Oh, da ist noch... Kaffee... Boom Gut Allen, ich bin upstairs Okay Ich habe eine Überraschung von dir So, so Da bin ich gespannt Eine Hose Ach so Oh, langweilig Okay Okay Im Study ist es das hier Was ist ein Study? Schon wieder Nachttisch schränken? Ähm... Ja, sorry Da ist... Mein... Englisch ein wenig Ähm... Im Weg... Ah! Das ist im... Im Arbeitszimmer, genau Uh! Eine Schreibmaschine Alice? Alice? Was ist das? Ich glaube, ich habe eine kleine Konfession zu machen Ich dachte, vielleicht könnt ihr hier hier schreiben, dass ein Veränderung der Szene dich passen würde Ja, Alice Du... Everyone... Hey, hey, hey Just hear me out There is a local doctor, Dr. Hartmann I read a book of his He has a private clinic here He specializes in helping artists Maybe... So now you want to get me committed? No, it's not like that That's not... Allen? No, I thought Allen? No, 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 just not I don't want to hear it God damnit, Alice God damnit! I knew she wouldn't follow me in the dark I needed some time alone to think things through Okay, der Typ will mich auch mal sagen, wenn er das Auto nicht mehr schreiben kann. Weisst du, ist der Leistungsdruck? Alice? Oh nein, 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 nein. Alice? Alice, nein, nein, nein! Ja dann rennen wir mal her. Die ist das Börsen, von Alfred Hitchcock oder die Wiesens. Alice? Alice? Nee. Keep going, Alice. Wake up. Alice? Ah. Waking up in the crashed car felt like I had woken from one night and entered another. I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened to Alice. Holdings. The phone was dead. I'd have to find help on foot. What? 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 Auto? Among Alice's things was a book. The creator's dilemma. Dr. Emile Hartmann. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it. And I didn't like the guy's smug face on the cover either. The gas station was my best bet. They would have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get there. So long should that actually not be. Uhm. Mal schauen. Hab ich irgendwas dabei? Nein. Gar nichts. Nicht mal die Taschenlampe. Okay. Da kann ich mal nicht runter. Nein. Okay. Tschüss Auto. Bin ich... Bin ich vielleicht losgefahren um... um Hilfe zu holen und hab dann irgendwie... mein Auto zu Schock gefahren? Keine Ahnung. Hallo? Oh, das Licht. Hallo? Ist jemand da? Hier? The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. Mhm. Jetzt wird's spannend. F5. Was kann ich da? Title page. Departure. By Alan Wake. Ähm. The man turned to face me. His face was covered in shadows. It was hard to make him out in the darkness of the forest that surrounded us. But the axe lifted was plain to see. Okay. Ja, jetzt wird's wirklich ein bisschen wie Schreining. Der Autor weiss nicht, ähm, was er tut. Oder wird's sogar schizophren und so weiter. Ähm, ich bin gespannt. Ähm. Anybody there? Ähm. Please. I've been in an accident. Okay. Jetzt verstehe ich auch, wieso es eine längere Wanderung zur Tankstation wird. Ah. Ein Gebäude, eine Sägerei. The lights above the head were a good sign. Maybe I wouldn't have to hike all the way down to the gas station to find a phone. Ja, tatsächlich. Aber wegkomme ich wegen dem immer noch nicht. Ich brauche irgendwie ein Auto oder sowas ähnliches. Ähm. Von wegen, es war ein gutes Zeichen mit dem Licht. Also wenn da in einer Sägerei ein Baumstamm nicht weggeräumt würde, dann... Naja, das kann nicht auch so ein gutes Zeichen sein. Please. I've been in an accident. Hey! Hey, you! Phil! There's been an accident. I need help. Deposit. I need two... Premium cabins for rent in... Oh. Oh, 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 oh. Call Stuckey. Please. To make you... Non-refundable... Reservation... Deposit. Required. Fair and square. Oh. Oh, oh, oh... W Basey, W Basey! W Basey, W Basey. while in the sun. Huh? What's up? Eh! Unangenehm! Well, you, you, you... Yeah, wua! Es wird langsam gruselig. Em. Ähm, ich spreche jetzt einfach ein wenig ins Zeug, äh, einfach ein wenig rum und so, damit ich mich ein bisschen ablenken kann, aber da ist noch was am Boden, sehr schön. Ähm, du, äh, kalt, help, ähm, ja, find help, das ist schön, hoppla, ähm, ähm, gut, ähm, gut, ähm, niiiin, niiin,.. HIHH! It's the Worthy. Aouch! Licht, licht.. Keine Gnade. äh... Taschenlampe... Okay, wir warten das mit dem Licht. Okay, was ist das? Batteries, sehr schgut. Batteries... Sägehelm... Bisschen Kleidung... Was ist da? Da ist noch was? Probe einmal... Sehr schön. Oh, Telefon, Telefon! Yes! Okay, funktioniert. Nee! Entstaffed? Shit! Ja, allerdings... Woh, woh, woh... Ähm... Nein, nein, nein! Schiebt jetzt das ganze Ding in den Abgrund runter? Nääääh! Woah! No! 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 No!